hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf dem youtube channel von error for computer wir es ja schon am intro gesehen habt und an dem titel kümmere ich mich heute um das thema windows 7 task leiste wir haben hier also hier unten unsere nicht dass das gehört zur virtual box wir haben hier unsere task leiste und ich hatte ja schon in dem vorherigen video windows 7 desktop genannt dass hier einfach erweitert noch mehr funktionen möglich sind wie zum beispiel die eigenschaften der task leiste und dem startmenü hier unter dem reich der task leiste kann man die task leiste fixieren oder raus machen wenn man das raus macht und auf übernehmen klickt dann kann man die task leiste zum beispiel sich nach links ans eck schieben nach oben nach rechts und so weiter und so fort man kann aber auch einstellungen vornehmen wie zum beispiel task leiste automatisch ausblenden dann stört die nicht immer hier auf dem desktop und wenn man sie braucht fährt man mit der maus einfach an an den bildschirmrand wo die task leiste ist in der regel ist die task leiste am unteren bildschirmrand dann fährt man einfach mit der maus nach unten und dann taucht die auf und solange man mit der maus drin bleibt in der task leisten bereich bleibt die task leiste auch oben fährt man wieder raus fährt sie runter wir können hier auch einen haken setzen bei kleine symbole verwenden dann werden einfach wie es ja schon hier der name sagt kleine symbole verwendet dann könnte man hier noch aeropiek aktivieren das wäre um einfach die designvolle variante zu nehmen wird bei euch denke ich mal möglich sein geht es hier in der virtuellen maschine nicht aber jetzt habe ich hier schon ein paar punkte übersprungen hier wie ich gerade eben schon mit dem in die ecke von dem bildschirm ziehen gezeigt hier kann man die position der task leiste festlegen ob die jetzt unten links rechts oder oben sein soll und hier unter dem punkt schaltflächen der task leiste kann man die task kann man ja die schaltflächen anpassen wie man jetzt sieht sind ja alle recht klein also immer gruppiert wenn ich jetzt zum beispiel mal einfach auf nie gruppieren gehe dann taucht hier wie damals bei windows xp oder so der name auf jetzt steht auf einmal wieder texte und mit drin und jetzt ist halt wieder nur die symbole hier kann ich auch noch den infobereich anpassen also hier unten die die rechte ecke wie zum beispiel das wartungssender ob das ob dessen symbol und benachrichtigungen anzeigen darf ob es komplett ausgeblendet sein soll ob es nur benachrichtigungen anzeigen soll und so weiter und so fort ich brauche das jetzt nicht und das kann man hier für jedes symbol einzeln anwenden ich habe bisher nur so wenig drin aber es gibt da klar einiges mehr an symbolen wenn man auch genug programm installiert ebenso kann man hier immer alle symbole und benachrichtigungen auf der task leiste anzeigen hier sich die ganze info leiste holen ich finde die variante mit dem kleinen pfeil aber nie schlecht dann sieht es aufgeräumter aus gehen wir mal unter dem punkt startmenü hier in dem punkt startmenü können wir dann klar das startmenü anpassen ich gehe da jetzt nicht auf alles ein sonst sind wir in 20 minuten noch nicht fertig was hier aber auch noch schön ist was man einstellen kann standardaktion für beenden ihr kennt ihr hier unten das wo jetzt herunterfahren steht welches dort dran stehen soll manche die wollen ihren rechner ja nicht runterfahren sondern die wollen nur sperren oder in energiesparmodus versetzen oder in standby oder 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 da kann man sich dann halt einfach einen sogenannten schnellzugriff festlegen ansonsten den resten findet man ja hier hier unter dem bereich datenschutz kann man sich hier die liste die man hier sieht und auch die liste hier die häufig verwendeten verzeichnisse und so damit kann man das die funktion deaktivieren das heißt dass nicht jeder nachgucken kann aha ich verwende jetzt den ordner schule oft oder oder sowas einfach den haken entfernen zum beispiel zuletzt geöffnete programme im startmenü speichern und anzeigen das wäre wie gesagt dieser bereich hier oder halt hier zuletzt geöffnete elemente im startmenü und in der taskleiste speichern und anzeigen das will ich ja nicht dann kann man auf übernehmen gehen und dann fällt der bereich häufig weg ja das war's mit der taskleiste ich hoffe ich kann euch weiterhelfen bis zum nächsten tutorial bis zum nächsten Mal